Ho, 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 hier ist die Weihnachtsfrau. Ich weiß ja nicht, ob Sie es wissen, aber ich, Keona aus Grabstede, bin die erste bekannte Weihnachtsfrau in Deutschland. Seit über 25 Jahren toure ich nun schon mit meinem Weihnachtsprogramm über die sieben Weltmeere und mittlerweile auch übers Land. Tja, in diesem Jahr ist es leider nicht möglich und da habe ich mir überlegt, ja, dann ziehe ich heute ganz speziell für Sie das erste und auch zum letzten Mal in diesem Jahr mein Weihnachtsfrau-Kostüm an, damit ich live zu Ihnen nach Hause kommen kann. Und ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen alles Gute und harmonische, friedliche und fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnacht überall, Töne durch die Lüfte, froher Schall. Und ich wünsche Ihnen Gesundheit, ganz viel Gesundheit. Passen Sie auf sich und Ihre Lieben auf, damit wir uns gesund und munter auf einem der wunderbaren Phönixschiffe im nächsten Jahr wiedersehen können. Und bis dahin, bleiben Sie gesund, haben Sie viel Spaß und ich sage Ho, ho, ho.